Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir den AVM Fritz Repeater 1200 AX aufschrauben und vor allen Dingen seine WLAN-Antennen inspizieren. Kurzer Hinweis, bitte nicht nachahmen. Der Repeater hat fünf Jahre Garantie. Mit dem Zerlegen des Gerätes dürfte die Herstellergarantie komplett erlöschen. Außerdem ist das Hantieren mit stromführenden Teilen lebensgefährlich. Und schließlich kann auch elektrische Aufladung an den Händen die Elektronik zerstören. Soviel vorab. An der Wandseite des Repeaters lösen wir vier lange Torx-Schrauben. Dazu benötigen wir einen Torx-Schraubenzieher, also der mit den sechs Zacken rechts im Bild. Bei mir hat es mit der Torx-Größe T6 gut funktioniert. Am Fuß der Pfeile sehen wir zwei goldgelbe Kontaktfedern. Diese schleifen den 230-Volt-Strom zu den zwei Stiften am Schuko-Stecker durch. Hier nochmal der gleiche Schuko-Stecker, nur von der Innenseite. Und hier die 230-Volt-Federn im Detail. Unten im Bild eine große, silberfarbene Kühlplatte. Drehen wir das Teil um, dann sehen wir die Seite des Repeaters, die im Normalfall in den Raum hinein zeigt. Rechts oben sitzt der Taster, der sich unter der roten WPS-Connect- und Koppeltaste verbirgt. Und hier die beiden Dual-Band-Antennen, die das WLAN bei 2,4 und bei 5 GHz in die Luft hinauspusten. Die Antennen liegen direkt unter der Platine. Die zwei Rechtecke, innerhalb derer die Antennen sitzen, sind nur jeweils zwei Zentimeter auf einen Zentimeter groß. Also erstaunlich klein für die gebotene Leistung. Die WLAN-Leistung des AVM1200AX haben wir in einem anderen Video schon mal über fünf Räume getestet. Dabei ergab sich diese WLAN-Charakteristik. Auf kurze Distanz zwischen Laptop und Repeater, sehr schöne Durchsatzwerte, nämlich 500 bis 950 Megabit netto im 5 GHz Band. Aber nach hinten raus, in den Zimmern 3 bis 5, wenig bis gar kein Speed, also geringe Reichweite. Wenn ihr diese ab Werk verbaute Funkausbreitungscharakteristik verändern wollt, könnt ihr versuchen, andere Antennen anzuschließen. Dazu könnt ihr externe Antennen über die winzigen Murata-Buchsen anschließen. Aus Haftungsgründen muss ich davon abraten. Erstens verliert er dadurch vermutlich jede Werksgarantie. Zweitens ist es eine sehr diffizile Arbeit, weil die Buchsen extrem klein sind. Falls ihr es trotzdem versuchen wollt, könnt ihr mal checken, ob es bei der Firma Frixx Tender aus Pürbaum bei Nürnberg schon Umbausets für den neuen AVM1200AX Repeater gibt. Daneben gibt es auch die Firma REFBOX in Much bei Köln. Diese bietet einen Umbauservice oder verkauft alternativ komplett umgebaute FRITZ!Boxen und FRITZ!Repeater. Bei REFBOX gibt es aber auch fertig umgebaute Telekom Speedport Smart-WLAN-Router und fertig umgebaute Telekom-WLAN-Repeater. In welchen Situationen solche externen Antennen Vorteile bringen, habe ich noch nicht systematisch getestet. Eine weitere Zerlegung des AVM1200AX wäre nicht nötig, wenn man nur die Antennen verändern will. Bis hierher war es nämlich super easy. Mehr als ein Torx T6-Schraubendreher war nicht nötig. Und bis hierher brachte ich den Repeater auch wieder ganz einfach zusammengebaut. Mich plagte aber die Neugier und ich habe die beiden grünen Platinen mit einigem Kraftaufwand auseinandergerissen. Ich wollte sehen, was unter der massiven Kühlplatte am gelben Pfeil sitzt. Und ja, gleich auf der anderen Platinenseite sitzt eine weitere Kühlplatte mit einem großen Kühlaufbau. Rechts im Bild sieht man die grauen Kühlschlitze, die eine passive Durchlüftung des Repeaters möglich machen. Auf dem Prozessorenkäfig sieht man die dunkelgraue Wärmeleit-Paste, beziehungsweise das Wärmeleit-Pflaster. Die zwei grünen Platinen waren über die zehn silberfarbenen Stifte miteinander verbunden, bevor ich sie mit einiger Kraft auseinandergerissen habe. Schauen wir uns die zwei Platinen jetzt mal genauer an. Zuerst die linke. Der gelbe Trafo bringt die normale Netzspannung von 230 Volt auf die benötigte Spannung herunter. Hinter dem Trafo sitzen drei größere Kondensatoren. Jetzt drehen wir die Platine kurz im Uhrzeigersinn. Noch eine Drehung und noch eine Drehung nach rechts herum. Und jetzt sind wir wieder in der Startposition mit dem gelben Trafo rechts unten. Nun schauen wir uns die zweite Platine an. Hinter den zwei Rechtecken an den gelben Pfeilen sitzen die beiden Dual-Band-Antennen, die wir ja schon besprochen haben. Hier nochmal etwas näher. Dazwischen der silberfarbene Käfig für die Prozessoren. Bevor wir den Käfig abhebeln, drehen wir auch diese Platine kurz im Uhrzeigersinn. Hier zeigt die weiße LAN-Buchse nach unten. Sie kann Ethernet-Datenströme von 10, 100 und 1000 Megabit pro Sekunde zwischen LAN und WLAN quasi durchleiten. Hier eine weitere Drehung nach rechts und noch eine Drehung im Uhrzeigersinn. Jetzt sind wir schon wieder in der Startposition. Mit einem Plastikspatel hebeln wir das Schutzblech über den Prozessoren ab. Dabei ist das größere Wärmeleitpflaster gleich abgerissen. Das zweite Pflaster über dem kleineren Chip rechts oben sitzt noch drauf. Das ziehen wir jetzt ebenfalls komplett herunter. Und finden leider nur sehr spärliche Beschriftungen auf den Chips. Hier ein letzter Blick auf die Prozessoren. Die WLAN-Antennen sitzen hinter den gelben Pfeilen. Die Antennen sind auf der anderen Seite der Platine aufgebracht. Sie funken den ganzen WLAN-Zauber in die umgebende Luft hinaus. Das war jetzt also mein zweites Fritz-Antennen-Video. Das erste habe ich schon vor vier Jahren am 25. Dezember 2017 gemacht. Damals habe ich eine Fritzbox 7590 aufgeschraubt. Leider nur ganz quick und dirty, einfach nur ein Handy drauf gehalten. Nix geschnitten, kein gescheites Mikrofon verwendet, einfach nur aus dem Handy hochgepostet. Entsprechend rübelhafte Kommentare habe ich bekommen und jede Lust an YouTube verloren. Seit kurzem bin ich aber wieder zurück auf YouTube. Und jetzt habe ich sogar Freude daran bekommen und plane ein paar weitere Antennen-Videos. Das war's für heute. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare, Meinungen und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.